Ich hoffe, ihr habt keine Angst davor, euch schmutzig zu machen. Aber wenn ich euch so ansehe, dürfte das kein Problem sein. Im Norden, am Rand der Lava, findet ihr dunkle Schlammhaufen. Den Schlamm brauche ich. Am besten stellt ihr keine Fragen und konzentriert eure Bemühungen darauf, Befehle zu befolgen, mein Freund. Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Das ist genau das, was wir brauchen. Keine Sorge, mein Freund. Das Ork töten wird noch früh genug kommen.